Los geht's! Wir haben ja jetzt mehrfach in der Vergangenheit darüber geredet, was für einen großen positiven Effekt ein Bitcoin ETF auf den Kryptomarkt haben könnte. Und während es zwar bis jetzt kein offiziell Genehmigten gibt, gibt es trotzdem ein paar interessante Neuigkeiten, die es in diesem Moment danach aussehen lassen, als ständen wir kurz davor. Heute möchte ich mit euch darüber reden und außerdem gibt es ein Update über die momentane Inflation, den Effekt den das Ganze auf Bitcoin und Kryptom allgemein haben könnte und noch viel viel mehr. Bevor wir jetzt allerdings damit anfangen, solltet ihr auf jeden Fall den Kanal abonnieren und vor allem auch die Glocke aktivieren, damit ihr keine wichtigen Videos mehr wie diese oder andere auf dem Kanal verpassen werdet. An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal darauf hinweisen, dass ihr auch diese Woche wieder 75 Dollar in USD Tether gewinnen könnt. Wie das Ganze funktioniert, erfahrt ihr im Laufe des Videos. Interessanterweise ist das Unternehmen, das uns jetzt signalisiert, dass ein Bitcoin ETF eventuell bald kommen könnte, kein anderes als Grayscale Investments. Also das Unternehmen, das auch hinter dem Grayscale Bitcoin Trust steckt. Gestern haben sie also signalisiert, dass sie den Bitcoin Trust in einen Exchange Traded Fund umwandeln möchten oder auch ETF. Bestätigt wurde hierbei eine Übereinkunft mit BNY Mellon und zwar, dass diese eine Schlüsselrolle auf dem Backend einnehmen sollen. Als Teil der Übereinkunft wird BNY Mellon jetzt also ab Oktober damit anfangen, Buchhaltung und Verwaltungsdienste für GBTC zu übernehmen. Diese Beziehung wird sich dann langsam dazu umwandeln, dass BNY Mellon zu einem Transferagent und ETF Service Provider für einen GBTC ETF wird. Das ist also ein Ereignis, was von den beiden Unternehmen definitiv erwartet wird, allerdings wird noch kein Datum dafür angegeben. In diesem Moment hält der Grayscale Bitcoin Trust mehr als 21 Milliarden Dollar in sich und wenn das Ganze in einen ETF umgewandelt werden sollte, dann bräuchten wir genau diese Backend Services. Falls sich jetzt noch jemand daran erinnern sollte, es ist gar nicht so lange her, da habe ich ein Video darüber gemacht, dass die SEC-Commissionerin Hester Pierce gesagt hat, dass ein Bitcoin ETF schon längst hätte einmal genehmigt werden sollen. Und dass sie sich wundert, warum das niemand genehmigt hat oder warum noch kein Bitcoin ETF genehmigt wurde. Außerdem hat sie hinzugefügt, dass sie der Meinung ist, dass wenn die SEC ihre Standards genauso auf Bitcoin angewandt hätte, wie sie das auf andere Produkte gemacht hätte, dann wäre schon längst einer oder mehrere genehmigt worden. Und mit jedem Tag, der vergeht, scheinen die Gründe, warum kein Bitcoin ETF genehmigt wird, immer schwächer zu werden. Diese Aussage wurde vor rund zwei Wochen von ihr gemacht und eventuell hatte das einen Effekt auf die anderen Mitglieder der SEC und hat sie letztendlich doch dazu gebracht, dass sie das Ganze noch einmal überdenken. Andernfalls wäre es nur sehr schwer vorstellbar, wie Grayscale und Bean Y. Wallen sich so sicher sein können, dass GBTC in einen ETF umgewandelt wird. Gerade deshalb, weil so viele in den letzten Jahren abgelehnt wurden. Kommen wir jetzt einmal zum nächsten Thema. Und zwar habt ihr höchstwahrscheinlich auch von der wachsenden Inflation gehört und auch, dass eine riesige Menge an Geld momentan einfach gedruckt wird. In den USA hat jetzt laut den Kundenpreis-Index-Daten, die gestern veröffentlicht wurden, die Inflation das höchste Level seit 13 Jahren erreicht. Jahr für Jahr wird jetzt also eine Inflationsrate von 5,4% erreicht, was weit über den 2% liegt, die eigentlich als Ziel für eine gesunde Menge an Inflation gesetzt wurde. Viele Leute wundern sich jetzt, warum Bitcoin momentan nicht im Preis steigt, obwohl Bitcoin ja eigentlich ein Hedge gegen die Inflation sein soll. Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns jetzt erst einmal die größeren Umstände in diesem Markt anschauen. Der Grund dafür, warum Bitcoin momentan nicht im Preis steigt, der ist vielleicht gar nicht, dass Investoren Bitcoin nicht als Hedge gegen Inflation sehen, sondern dass Investoren momentan keine Angst vor Inflation haben. In diesem Moment scheinen die meisten Institutionen und Big Player der Wirtschaft mit dem Vorsitzenden der Federal Reserve übereinzustimmen darin, dass die Inflation nur zeitlich begrenzt ist und auch die letzten veröffentlichten Zahlen scheinen ihre Meinung darüber nicht geändert zu haben. Das Ding ist nämlich, nachdem die Zahlen veröffentlicht wurden, sind die Anleihenrenditen nahezu gleich geblieben. Viele schauen nämlich auf Anleihen, um die allgemeine Stimmung in Bezug auf Inflation festzumachen, denn hohe langfristige Inflation verringert den Ertrag, wird also eine starke Inflation erwartet, verkaufen sie ihre Anleihen, was wiederum die Anleihenrenditen steigen lässt. Die Tatsache, dass nicht so viele Verkäufe stattgefunden haben, dass die Anleihen im Preis gesunken und die Renditen gestiegen sind, zeigt es, dass die Big Player sich keine Sorgen um die Inflation machen und sie denken, dass das Ganze nur zeitlich begrenzt sein wird. Das Ganze wäre auf jeden Fall eine Erklärung dafür, warum die Institutionen in diesem Moment nicht noch mehr Bitcoin kaufen. Allerdings sollten die Institutionen jetzt falsch liegen und sie würden das realisieren in ein paar Monaten oder einem Jahr, dann könnte das dazu führen, dass wir einen riesigen Armsturm auf Assets wie Bitcoin oder Gold sehen werden, damit sie sich gegen die Inflation sichern können. Sollte das Ganze jetzt tatsächlich so kommen, dann hätte das natürlich einen riesigen positiven Effekt auf den Bitcoin-Preis. Eine weitere Sache, die ich heute vorstellen möchte, ist, dass die Scaling Solution Optimism heute ihre Alpha-Version des Uniswap Layer 2 herausgebracht haben. Die Transaktionskapazität des Optimistic Ethereum sollte jetzt also auf Augenhöhe mit der des Baselayer Ethereum sein, nur dass die Transaktionen sofort bestätigt werden. In einem Blogpost über die Veröffentlichung schreibt Optimism, dass dieser Schritt der erste Schritt dafür gewesen ist, dass DeFi-Applikationen mit den Benutzererfahrungen von traditionellen Map-Applikationen konkurrieren und diese sogar übertreffen können. In diesem kurzen Video sehen wir das Ganze auf Uniswap in Aktion und zwar wird eine Transaktion bestätigt und in weniger als einer Sekunde finalisiert, mit einem Gaspreis von 0,01 Guay. Um das Ganze mal zu vergleichen, die Gaspreise des Baselayer Ethereum lagen in letzter Zeit bei rund 40 Guay, was rund 2666 mal so teuer ist. Um Uniswap jetzt auf Optimism zu nutzen, muss man lediglich eine Bridge für ein paar Assets nutzen, indem man das Gateway verwendet. Uniswap und Optimism haben im Übrigen auch eine Anleitung herausgebracht, in der exakt steht, was man machen muss. Das sind auf jeden Fall aufregende Neuigkeiten, aber es handelt sich hierbei um eine Alpha Release, also es könnte Probleme geben. Wie dem auch sei, genauso wie bereits erwähnt wurde, das Ganze ist ein riesiger Schritt in Richtung einer Benutzererfahrung, die dem der traditionellen Finanzen und der traditionellen Webnutzung ähnelt und das wiederum ist eine Riesensache für die allgemeine Adaption. Zu guter Letzt würde ich gerne einmal von euch erfahren, was haltet ihr denn von Optimism? Schreibt mir die Antwort einfach zusammen mit eurer Binance Chain Adresse unten in die Kommentare und wenn ihr dann den Kanal abonniert und auch die Glocke aktiviert habt, nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil. Und das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe euch hat das Video gefallen, falls ja, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann im nächsten Video.